Es ist ein sehr langer Flug von Stockholm nach Mittelamerika, meine lieben Freunde, nah und fern im In- und Ausland. Starten wir zunächst vom Rollfeld mit einem hochmodernen Düsenjet und sind bald über den Wolken. Über den Wolken? Da gibt es doch auch eine Komposition und zwar die von Reinhard May, der übrigens dieses Jahr 80 Jahre alt wurde. Also zunächst mal über den Wolken. Bis zum nächsten Mal. Unser Ziel ist Yucatan in Mexiko. Hier hat es um diese Zeit angenehme Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Ari Shaw war ein amerikanischer Komponist und schrieb 1940 hier in Mexiko einen Hiterfolg, der zunächst als Swing mit Big Band Besetzung sehr erfolgreich wurde. Hierzulande ist Ari Shaw nicht sehr bekannt, aber seine Komposition ist weltberühmt. Es handelt sich dabei um Frenasy. Ja, und Frenasy, das spiele ich jetzt für euch allerdings als Cha-Cha-Cha. Viel Vergnügen beim Zuhören. Die Komposition ist ein bisschen mehr. Viel Vergnügen beim Zuhören. Wir sehen uns beim Zuhören. Wir sehen uns beim Zuhören. Wir sehen uns beim Zuhören. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, und wenn wir schon mal hier im Süden sind, dann könnte ein weiteres Latino-Stück doch auch ganz gut passen. Was meint ihr? Genehmigen wir uns also dann ein samtiges Glas Rotwein zum Beispiel, hören den Wellen zu und genießen diese Atmosphäre. Dies natürlich nicht jetzt, sondern erst in Kürze. Und bis dahin, da wünsche ich euch was.